oh Freddy ich hab dich gerade planlos rumstehen sehen ja da war ne Tür mit zwei verriegelten Holzdingern dann steh ich da kurz planlos rum ich hab erstmal den Badezimmer Jen gesprengt er ist übrigens beim Badezimmer jetzt was wie kommt das denn neue Tastatur die reagiert noch empfindlicher ne ich meinte wie kommt es denn dass Freddy beim Badezimmer ist hey aber dafür bin ich jetzt noch wach hast du sehr schön gesagt ich weiß nicht vielleicht musste er mal oder so weiß er ja nicht wo das Badezimmer ist aber aufgemacht 100 Punkte oh er hat mich gesehen ich lauf mal weg von dir oh hier ist sogar noch ne Palette ich muss dafür nicht mal nen Hit fressen oh hier ist ne Sackgasse weil der Jen hier noch nicht mitmacht ist wie weiss ich mach den einfach mal achso ne laufen wir noch nach ne doch nicht oh da ist der Killer oh du bist auf der anderen Seite von mir nein die Palette ich wollte doch den Lupier stärker machen hey da aufpacken hoppala hier geht's hier alles nur voller Sackgassen das ist ja schlimm ja hier da sind drei verschlossene Türen ja das ist ja übel deshalb komm ich jetzt auch nicht schnell rüber um ein Flashlightsafe zu versuchen klar der macht ja alle Türen eigentlich schaff ich das Badezimmer fertig oh wie schön er macht hier auf dann ist hier keine Sackgasse mehr ah wie nett ah dann lauf ich jetzt mal zum Badezimmer um hier zu lupen schaff ich's noch zum Fenster ne oh doch oh warte ich geh mal weiter zu den oh scheiße warum ist er denn schon da los ja er ist noch bei jemandem von euch oder ja er jagt mich gut ich zeig ihm mal was für schöne Paletten hier überall sind ja mal eine wieder hin Paletten wieder hinsteller so vorletzter Gen ja ich hol mir meine Killerblendungen endlich mal oh ich lass mal hier die Falle aus dann stört ich später nicht na ach so nein ich hab die Palette hier gerade frisch wieder hingestellt oh hallo warte mal kommt er nicht mit hoch dann mach ich nochmal hier geht's dir gut ich hab so dreimal random geschrien ist okay oder ja oh er kommt von unten das funktioniert nicht hier ist noch ne Palette komm hierher 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 ich kann auch mit Flink einfach wegrennen ja ok rechts von hier ist noch ne Palette hallo nicht springen nicht springen achso ja oder so ach hier danke er geht jetzt auf auf mich ah ok danke ist er noch oben und wo sind bitte nicht unten er ist unten er ist unten ok soll ich einen Totem weg machen ich mach den Gen an ich hab Adrenalin oh ja ich geh da hin ich schrei nochmal kurz random auf den Weg scheiße ich bin in der Sackgasse gelaufen der ist ja halb fertig wo ist denn wo ist denn Janik weißt du hat mir beschreiben oh nein meine Tasche lab ist ja diagonal gegenüber vom Badezimmer oben oh mein Gott ich sollte nicht am Leben rein oben ja ok ihr wollt nicht wissen was passiert ist ihr wollt nicht wissen was passiert ist ich würde sehr gerne wissen was passiert ist ja ich auch ich bin ich hab die Palette bei der Sackgasse gezogen warte erstmal heil ich dich ok ja oh danke sehr bitte oh hallo 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 ich wollte jetzt mit den Ausgang ich hab das Gefühl er hat nöt hat er nicht er hat doch garantiert nöt ich hab zwei Totems weggemacht ich null ähm Claudette hat glaub ich zwei Totems weggemacht boah der jagt mich jetzt ins bis sonst wohin ich hab einen Ausgang so gut wie offen ich mach einen weiteren auf glaub du den anderen soll ich wieder nach oben kommen also weiß nicht wie weit du weg bist aber mein Ausgang ist auch gleich auf neiner ist aus bitte 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 oh scheiße oh shit ich hab halt immer noch Angst vor nöt ich bin mir so sicher dass er nöt hat ja ich muss das doch er geht zu eurem Ausgang geht da raus geht da raus er hat vielleicht Blutwächter und sieht euch ich soll nicht versuchen dich aufzuheben oder ne ne er steht bei mir sucht das Totem lieber geht aus dem Ausgang und sucht das Totem wirklich er bleibt bei dir ja Claudette ist auch hier ich bring mich in die Position das war's das war's das war's ähm blocken oder ne ne ich muss ja hier ist gleich der Haken ok warte er versucht mich weiter weg zu bringen vielleicht doch blocken vielleicht doch blocken ah ne hier ist gleich der Haken hat jemand die Tiki? ich hab das Gefühl er wird jetzt richtig hardcore auf mich gehen ich nicht aber wir sind zu dritt und können blocken er lässt sich wegziehen von Claudette zu welchem Ausgang laufen wir? hier lang warte mal versuch ihn abzulenken ich versuch mit Selfcare oh weiß er auch schon ok ich versuch zum rechten Ausgang Selfcare schaff ich zeitlich nicht weg oh er kriegt mich er hat Blutwächter nicht wahr oder? doch hat er tatsächlich aber das ist gut wenn er down ist dann haben wir Zeit um rauszukommen ja aber das löst ja nur einmal aus ja das heißt ihr habt auch Zeit mich wieder abzuhalten und dadurch dass er gedowned ist ja wir müssen sich erstmal noch schön gedowned lassen genau genau wegen dem Timer ist denn der Timer Blutwächter Timer jetzt weg? warte mal ist sie soll ich dich auch machen? ist weg ist weg wir können abhängen ja an mich der Ausgang hinter dir ist näher dran ja er hat wir werden ja safe the best er geht wieder auf mich nice oh shit aber der Timer ne ich schaff den nicht mehr ist alles gut ja ich hab sogar ne Toolbox ich hab sogar ne Toolbox mit Headhound und alles genau wie cool jetzt die Luke wär schön gewesen schade ja ja die bestimmt ja aber der Luke im Spiel 100.000 Blutpunkte unerwartet spannendes Endgame ja 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 schade dass er save the best hat sonst hätten wir es noch raus geschafft und sei schockt trotzdem die meisten Punkte ja klar haha junto hab ja ordentlich was gemacht ja gröss ja 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 out m hat echt ja Untertitelung des ZDF, 2020